Ja, leider krachende Wahlniederlage für die Basis. Das war ja klar, weil ohne die Superreform der Next Scientists for Future war klar, dass es nicht gehen kann. Ja, wir haben die ganze, es war doch klar, dass wir eine grundsätzlich neue Struktur Deutschlands brauchen und nicht so ein paar Hobbyideen von so ein paar Amateurchen sozusagen. Der Landesvorsitzende Baden-Württemberg hatte erzählt von, ja, das war ja schon Größenordnung, 15 Prozent und so weiter, die kommen werden und so weiter und 5 Prozent würden überhaupt nicht das Problem werden. Ja, das hätten wir ihm sagen können, dass das nichts werden kann. Denn nur mit den Superreformen der Next Scientists for Future hätte man im Internet, wenn dann alle Promis von die Basis mitgezogen hätten, da hätte man so einen Wirbel machen können mit 20 Millionen Klicks, dass wirklich jetzt etwas ganz Neues kommt. Und nicht so ein paar Hobbykonzepte von irgendwelchen Hobbyanthroposophen, die in wissenschaftlichen Dingen überhaupt nicht bis drei zählen können. Also ja, leider, das gehört in den Bereich der Träumerei. Dabei war die Chance ja jetzt da gewesen. Ja, die Chance wäre ja gewesen, ja, zu sagen, wir müssen sehen jetzt angesichts von Corona, dass wir eine völlig neue Struktur unserer gesamten Gesellschaft brauchen. Aber jetzt bietet die Basis quasi einzigen Unterschied zu den anderen Parteien, den sie anbietet, ist, dass sie die Corona-Maßnahmen ja sofort beenden will und so weiter. Ja, aber ansonsten ist das ein wischiwaschi, nichts sagendes Wahlprogramm, das jede andere Hobbypartei auch hat und so ähnlich hat und alles ohne Hand und Fuß. Ja, ist traurig, aber wahr. Jetzt müssen wir halt ab morgen versuchen, die Gespräche aufzunehmen. Ich, meistens ist es ja so, dass so eine Partei nach solch einer krachenden Wahlniederlage, dass das nie wieder was wird und nie mehr was wird. Und, aber wer weiß, also uns bleibt ja nichts anderes übrig, als das Gespräch anzubieten. Und ich erinnere noch einmal dran, die NextScientistsForFuture.de, ein Wort, vor allerdings mit drei Buchstaben geschrieben, also F.O.R., hatten in sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt und 56 Prozent erhalten, weil sie es eben auch wirklich können. Und bei OpenPetition.de hat die Gesundheitsreform der NextScientistsForFuture, die also auch ja das C-Problem ein für allemal lösen würde und beheben würde und ein nie wieder bedeuten würde, nie wieder Schweinegrippe, nie wieder C sozusagen, da hatte einen furiosen Sieg errungen mit 60 begeisterten Kommentaren gegenüber zwei positiven Kommentaren beim Vorschlag, dem Vorentwurf von Wir20EU Baden-Württemberg. Da sieht man Hobbyreformen gegen Profireformen, ja, also Profireformen reißen die Wähler vom Hocker und diese Amateurgeschichten reißen niemanden vom Hocker. Das zeigt also auch noch einmal ganz klar bei der Frage Schwarmdummheit oder Schwarmintelligenz. Es ist letztendlich so, dass die Schwarmintelligenz niemals die mangelnde Klugheit wird ersetzen können. Da kann der Schwarm so lange miteinander diskutieren. Wenn die Klügsten der Welt fehlen bei der Mitdiskussion, kann es gar nichts werden. Ja, und deswegen müssen die Klügsten der Welt, die Next Scientists for Future vom Weltrat, die müssen halt hinzugezogen worden werden, so wie es auch Wir2020.de richtig gemacht hat. Ansonsten war es, dass mit dem ganzen Thema alles, ja, also quasi, auf mich hat es ja manchmal so gewirkt, als ob irgendjemand da von vornherein vielleicht auch vorgehabt hat, dass es alles scheitern soll. Ich weiß ja nicht, wer da in die Parteien reingeschickt wurde oder reingedrängt wurde, weiß ja kein Mensch. Auf jeden Fall ist alles darauf hinausgelaufen, eben ganz aktiv diese krachende Wahlniederlage für die Basis zu erzielen. Und, ja, und damit ist alles gesagt. Ja, das war es möglicherweise schon endgültig für die Basis. Hochmut kommt vor dem Fall, hohe Träume, nichts dahinter. Ja, da muss endlich Substanz rein. Tschüssi.